Volles Haus bei Happy Pet in Vellkirch. Herr Winkler, gestern hatten Sie Eröffnung. Wie liefen die ersten zwei Tage? Die ersten zwei Tage sind also perfekt. Wir haben den ganzen Tag volles Haus. Wir haben geparkt, sie reichen nirgends hin. Geht einfach rund, alle sind begeistert. Perfekt einfach nur, rundum. Was kann man jetzt allgemein über Happy Pet berichten? Wir haben eine rein 600 Quadratmeter Geschäftsfläche, also reine Geschäftsfläche, Lagern, Nebenräume kommen noch dazu. 45 Quadratmeter auf Reptilien, 45 Quadratmeter auf Nager, Vogel. Ungefähr 80 Quadratmeter für Fische. Restliche Quadratmeter entfallen noch für Angelzubehör, entfallen für Zubehör, Futtermittel, Hund, Katze, Nager, Vogel, Reptil. Hat alles, was es rundum noch braucht. In dem Fall ist jede Art von Haustier hier abgedeckt? Alles komplett, also außer Hunden und Katzen das Tier selber. Haben wir alle Arten von Tieren, also fängt an bei Spinnen, Schlangen, Gettüber, Hamster, Kaninchen, Fische, Vögel, alles komplett. Herr Winkl, hier werden auch Workshops veranstaltet. Wie schauen diese Workshops aus? Also wir haben Workshops von verschiedenen Spezialisten, aus der Aquaristik, Meerwasser-Aquaristik, Hundeschulen, etc., wo einfach Leute, wo absolute Fachleute sind, wo über diverse Themen referieren. Wir haben zum Beispiel einen Diensthundeausbildner von der Polizei, wo über Gefahren mit Tieren referiert. Es gehört zu einem Fachgeschäft ganz klar dazu, wir müssen die Kunden beraten vor dem Verkauf und vor allem ganz, ganz wichtig ist, wir müssen die Kunden auch nach dem Kauf betreuen. Es gibt immer wieder, manche Kunden kaufen aus einer gewissen Euphorie heraus. Wir müssen irgendwo schauen, dass, wenn diese Euphorie vorbei ist, wenn der Kunde einfach irgendwelche Probleme hat, müssen wir für diese Probleme genauso da sein. Ich will weg von dem schlechten Ruf der Zoofachhandlungen mit kleinen Käfigen, schlecht eingerichteten Käfigen, schmutzigen Käfigen. Und wann und wo finden diese Workshops statt? Beziehungsweise wo können sich Ihre Kunden erkundigen? Also erkundigen können sich die Kunden natürlich hier bei uns im Geschäft, beziehungsweise es wird auch jeweils auf unserer Homepage unter happypet.at werden die Workshops und Schulungen ausgeschrieben und stattfindet uns, wir haben einen separaten Schulungsraum mit ungefähr 50 Quadratmetern bei uns hier im Obergeschoss, dementsprechend einfach eingerichtet mit BIMA, mit allem, was man für Workshops braucht oder was man für Schulungen braucht, dass das einfach dementsprechend zeitgemäß, wie das halt heute sein soll, abgehalten wird.